Frühling, ist das nicht schön? Sich einfach mal freuen, die Blumen am Wegesrande abrupfen, nicht immer so miesepetrig sein. Im weltweiten Glücksreport ist Deutschland nur noch auf Platz 16. Warum? Früher hätte ich mich jetzt auch schon wieder aufgeregt, weil es im März schon so warm ist wegen Klimawandel. Außerdem wird bald die Uhr umgestellt. Eine Stunde weniger schlafen. So eine Sauerei. Bla, 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 bla. Ich habe mich oft sinnlos geärgert. Oh, mein Täter Marsch! Wir haben es verkeckt! Ein Tag mehr arbeiten! Ich weiß, es fällt schwer, das zu glauben. Das war es auch schon von mir. Ich wünsche euch einen wunderbaren Frühling. Oh, guckt mal, ein Vogel. Hallo, Vogel! Ah!